Hey Leute und willkommen zu diesem besonderen Video. Wir haben die 2000 Abonnenten geknackt. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Heute zeige ich euch, wie ihr mit eurem Handy über Digistore24 Geld verdienen könnt. Und es gibt ein Gewinnspiel für euch, wo ihr Preise gewinnen könnt im Gesamtwert von 288 Euro. Wo wir jetzt auf mein Handy gehen, kurz für alle die neu dabei sind. Auf Digistore gibt es ja den Affiliate Marktplatz, wo wir als Affiliate hier Produkte empfehlen können. Über den Button jetzt promoten. Und immer wenn jemand über unseren Affiliate Link hier das Produkt kauft, bekommen wir eben eine Provision. Zum Beispiel 25% oder oft auch 50% ab vom Preis. Und das Geniale ist jetzt, wenn du unterwegs bist oder kein PC hast, kannst du es eben auch übers Handy machen. Mit der Digistore24 App. Da siehst du im Business Cockpit deine Statistiken, Einnahmen, deine Transaktionen. Siehst du hier im Menü also deine Verkäufe von den Affiliate Produkten auch und das Geld, was du damit verdient hast. Und jetzt haltet euch fest, es gab vor kurzem ein Update mit einem neuen Feature, das ich mir lange gewünscht habe. Und zwar können wir jetzt den Marktplatz auch direkt in der Digistore App nutzen. Und somit die Affiliate Produkte raussuchen und direkt uns den Affiliate Link aus der App holen. Also dass man wirklich nicht extra einen Laptop braucht oder in den Browser umständlich gehen muss. Können wir also schnell und einfach überall unsere Promos machen. Ich zeige euch das mal kurz. Also hier wie gesagt im Menü auf Marktplatz in der App. Ja hier oben rechts bei den Pfeilen können wir ganz normal die Produkte sortieren. Nach Popularität, Conversion, Storno, Quote und so weiter. Ja dann können wir hier natürlich ein bestimmtes Produkt suchen oder nach einem bestimmten Thema. Zum Beispiel eben unserem Thema, unserer Nische. Ja hier darunter seht ihr die Filter, die wir aktiviert haben. Das seht ihr hier unten rechts bei dieser blauen Blase mit dem Filter. Und dort kann ich euch schon mal empfehlen die Sprache hier auf Deutsch zu stellen. Dass euch eben ja die deutschen Produkte auch nur angezeigt werden. Und ansonsten haben wir auch die verschiedenen Produktkategorien. Wie man es auch von der Website am PC kennt. Ja und wenn wir dann ein gutes Produkt gefunden haben, tippen wir einfach drauf. Wir sehen dann hier nochmal die ganzen ja wichtigen Zahlen dazu. Die ganzen Infos. Können uns hier die Verkaufsseite und Affiliate Support Seite anschauen. Sehen natürlich die Provisionen hier unten. Ob es ein Abo ist oder eine Einmalzahlung. Card Conversion, Storno, Quote und so weiter. Ja und dann gehen wir hier einfach auf jetzt promoten. Und schon haben wir unseren Affiliate Link oder hier heißt es Promo Link. Und können ihn einfach mit einem Tipp kopieren. Und dann teilen. Dass wir dann da unsere Provisionen mit verdienen können. Jetzt will ich euch noch eine kleine Schritt für Schritt Anleitung geben. Um dann auch wirklich über das Handy mit Digistore Geld zu verdienen. Ja wenn ihr die App das erste Mal startet. Müssen wir uns ja einmal mit unserem Account verbinden. Könnt ihr euch einfach hier in euren einloggen. Oder wenn ihr noch keinen habt. Dann hier unten auf den Link. Und einmal euer Digistore Konto erstellen. Euer Nutzername hier oben ist auf jeden Fall wichtig. Das wird dann eure Digistore ID. Beziehungsweise Affiliate ID. Die andere auch sehen können in eurem Link. Wo ich andere auch finden können. Deswegen würde ich euch da empfehlen. Euren Namen oder euer Online Name halt. Das ist von Vorteil. In der App auf dem Marktplatz angekommen. Geht es jetzt natürlich darum. Ein gutes Affiliate Produkt auszuwählen. Ja Produkte mit denen ich über 1000 Euro verdient habe. Waren immer Produkte die sehr gut zu meinem Thema gepasst haben. Dafür könnt ihr wieder den Filter benutzen. Und hier die Produktkategorien. Und dann eben euer Thema auswählen. Wo ihr anderen Menschen weiterhelfen wollt. Und passende Produkte dazu empfehlen wollt. Und das zweite ganz wichtige war für mich bei den Produkten auch immer noch. Dass sie mir selbst sehr gut gefallen haben. Oder ich die sogar selbst ja auch nutze. Was natürlich am besten ist. Kann es noch ehrlicher und besser weiterempfehlen. Das merken ja die Menschen auch. Bei mir ist jetzt zum Beispiel eines meiner Top Produkte. An der Cockpit. Womit ich eben selbst auch meine Webseiten baue. Und mein E-Mail Marketing mache. Ja wenn ihr euch dann mal zwischen zwei Produkten zum Beispiel nicht entscheiden könnt. Dann kann ich euch empfehlen hier bei den Pfeilen nach der Popularität zu gucken. Vielleicht das zu nehmen, was ja beliebter ist. Und sich im Allgemeinen besser verkauft. Oder auch wenn wir jetzt hier mal drauf gehen auf eins. Das ja zum Beispiel mit der höheren Provision im Prozent. Oder natürlich auch hier was eine bessere Conversion hat. Oder weniger sturniert wird. Wobei man natürlich bedenken muss, dass Abo Produkte ja eine höhere Stirnquote haben. Weil nicht jeder lässt natürlich das Abo ewig laufen. Ja dann könnt ihr zu eurem Produkt wie schon vorhin gezeigt eben auf jetzt promoten. Und in euren Affiliate Link kopieren. Und den dann teilen. Ja und das ist natürlich auch noch ein wichtiger Teil. Ja der Traffic. Die Besucher die man auf den Link bekommt. Wie stellt man das an? Da will ich euch jetzt noch meine drei Wege zeigen. Über die ich bisher die meiste Provision verdient habe. Am Handy. Wenn ich zum Beispiel mal unterwegs war. Das erste womit ich am meisten verdiene ist natürlich E-Mail Marketing. Und da könnt ihr bei Funny Cockpit, was ich ja nutze, einfach auch in euren Browser am Handy. Bei mir ist Google Chrome. Und dort könnt ihr auch hier so eine kleine Seite machen. So eine Landingpage mit der Vorlage von denen. Und hier kann man dann auch einfach drauf tippen und den Text anpassen. Und dort könnt ihr eben einfach eine kleine PDF anbieten zum kostenlosen Runterladen. Wo ihr eben eine Lösung anbietet zu eurem Thema. Wo ihr da Tipps gebt. Eure eigenen Erfahrungen teilt. So sieht ja zum Beispiel meine Seite aus. Ich verlinke euch auch meine Vorlage unter dem Video. Da könnt ihr direkt meine erfolgreiche Seite für euch nutzen. Einfach mit euren Texten anpassen. In Funny Cockpit. Und wenn ihr den Link nutzt, würde ich euch als Bonus auch noch mein 1000 YouTube Abos Training. Und für die Trainingslager dazu schenken. Im Wert von mindestens 144 Euro. Könnt ihr mir dann einfach danach schreiben. Per Insta oder E-Mail. Dann schicke ich euch das kostenlos zu. Genau das Freebie, also diese PDF. Könnt ihr auch einfach bei Canva, habe ich auch gemacht. Mit einer Vorlage schnell erstellen. Soweit die Besucher hier auf den Button geklickt haben. Können sie dann eben ihre E-Mail Adresse eintragen. Sammeln wir die ein. Ja und dann können wir jetzt auch über das Handy in Funny Cockpit direkt die E-Mails schreiben. Hier im Menü bei E-Mail und dann hier Newsletter und hier dann die E-Mail schreiben. Ja auch mit Vorlagen zum Beispiel und unseren Affiliate Link dann eben hier im Text verlinken. Wir können natürlich hier auch ein Follow-up Funnel erstellen. Also eine E-Mail Serie mit mehreren E-Mails, die dann immer automatisch nach so und so vielen Stunden oder Tagen an unsere neuen Leser versendet werden. Ja und Besucher auf eurer Landingpage habe ich zum Beispiel immer sehr einfach auch am Anfang über Facebook Gruppen zu meinem Thema bekommen. Ein Facebook Messenger dann auch, wenn man mit den Leuten schreibt. Und natürlich auch gegenseitige Shoutouts mit anderen Affiliates in seinem Thema zum Beispiel, die man sich ausmacht über Instagram oder natürlich auch seine anderen Reichweiten, die man vielleicht hat, nutzen. Social Media, Instagram, wo man seine Seite teilen kann, um mehr E-Mail Adressen einzusammeln und mehr Klicks und Verkäufe über seine Affiliate Links zu bekommen. Das war natürlich jetzt nur grob angeschnitten. Ich will euch auch noch die anderen beiden Wege jetzt zeigen. Das habe ich uns auch alles genau von 0 an dokumentiert in meiner 246 Euro am Tag Methode 2.0. Könnt ihr euch kostenlos runterladen über den Link unter dem Video und einfach nachmachen, womit ich bis zu 246 Euro am Tag verdient habe und mittlerweile sogar mehr auch. Das ist hier die neue verbesserte Version mit meinen neuesten Erkenntnissen auch. Und egal, wo ihr eure Affiliate Links teilt, ob es in den E-Mails oder die anderen beiden Wege, die ich euch jetzt zeige, guckt, dass ihr hier hinten hinter eurer ID auch noch den Campaign Key anhängt. In dem Fall würde ich dann halt schreiben, ja, Mail 1 zum Beispiel, weil dann können wir später in unseren Transaktionen genau sehen, was uns die meisten Provisionen gebracht hat. Und ein Tipp auch noch bei den Wegen jetzt, die ich euch auch zeige, ist es natürlich auch immer von Vorteil, wenn ihr wie auch schon bei der Produktauswahl, wo ihr selbst auch am meisten Lust drauf habt oder euch zum Beispiel am besten auskennt, selbst auch nutzt, dann fällt es einem meistens leichter. Allerdings hat sich herauskristallisiert, dass zum Beispiel E-Mail-Marketing bei den meisten und auch meisten Erfolgreichen am besten funktioniert. Also gerade, wenn man noch nicht so genau weiß oder noch nicht so die Ergebnisse hatte, lohnt sich das auf jeden Fall, das mit dabei zu haben. Ja, womit ich am zweitmeisten viele Provisionen verdiene, sind YouTube-Videos. Und da könnt ihr natürlich auch am Handy die YouTube-App nutzen oder auch Videos mit dem Handy aufnehmen oder die Bildschirmaufnahme nutzen, die ich auch gerade hier nutze. Habt ihr ja beim iPhone hier oben in der Leiste unten links mit dabei, wo gerade der rote Punkt ist. Ja, und dann kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, mein bestes Schnittprogramm, das ich immer nutze, ist auch am Handy hier CapCut. Und dort könnt ihr eben sehr einfach, kostenlos eure Videos zusammenschneiden. Vorlagen gibt es auch. Natürlich nicht nur im Hochformat, natürlich kann man auch YouTube-Shorts, Kurzvideos nutzen, sondern auch im Querformat geht es. Kann man auch ganz leicht Text hinzufügen und andere Sachen bearbeiten, Musik auch hinterlegen. Ja, und dann lebt man das YouTube-Video in der YouTube-App hier beim Schluss unten hoch. Einmal hier rüber gehen auf Video, das Video auswählen. Und dann können wir hier entweder auf Videos verwalten gehen am besten. Einmal hier auf die drei Punkte bearbeiten. Und jetzt natürlich unseren spannenden Video-Titel eingeben, wo am besten auch Wörter drin sind, wonach die Leute auf YouTube suchen. Und hier dann unsere Beschreibung, wo wir dann natürlich auch unseren Affiliate-Link von Digistore dann hier wieder einfügen. Ja, noch mit Sternchen markiert. Und unten dann die Erklärung, dass es eine Field-Link ist, sollte man ja kennzeichnen. Also das ist natürlich noch das Thumbnail, das Vorschau-Bild von Video sehr wichtig, dass wir mehr Aufrufe bekommen. Und da können wir hier oben links auf das kleine Bild-Icon klicken und da unser Thumbnail hochladen. Also ich erstelle das immer mit der Canva, mit Canva, da habt ihr ja auch die Canva-App mit Thumbnail-Vorlagen. Und wo wir eben auch, hier seht ihr mal meins, ja Bilder auch hochladen können, hier einfügen können. Und das sollte natürlich gut zum Video und Videotitel passen, dass die Leute sich das Video dann auch länger anschauen und nicht irgendwie enttäuscht sind, weil es dann am Ende um was ganz anderes geht und das Thumbnail nur Clickbait war oder so. Im Video, genau wie in der Videobeschreibung, sollte man natürlich auch immer einen Call-to-Action machen. So sieht hier zum Beispiel einer von mir aus. Ja, meine komplette YouTube-Anleitung zum Geldverdienen, auch mit eurem Hobby, findet ihr in meinem 1000-YouTube-Abos-Training. Verlinke ich euch auch unter dem Video. Am drittmais, die ist so Provisionen übers Handy, hat mir Instagram gebracht. Mit eben, ja, einmal solchen Storys, wo ich Ergebnisse von mir poste, in dem Fall Einnahmen von mir. Und auch solche Umfragen und Fragesticker, die ich dann beantworte, wo ich dann eben, ja, einen Tipp gebe, mal auch dann zum Fehlt-Link. Auf diese Storys schreiben mir dann öfter auch welche über die Direktnachrichten, hier oben rechts beim Papierflieger. Und dort, ja, helfe ich dann eben auch nochmal weiter und manchmal wird dann nach dem Link gefragt. Oder wenn es passend ist, tue ich dann das Fehlt-Produkt empfehlen mit dem Vorteil und den Fehlt-Link dazu. Und so gibt es da auch Verkäufe. Das habe ich euch auch schon mal genauer in meinem Instagram-Video hier gezeigt. Und noch genauere Einblicke bekommt ihr da auch in meinen E-Mails, wenn ihr euch meine 426 Euro am Tag Methode 2.0 kostenlos runtergeladen habt. Kommen wir zum Gewinnspiel. Zwei von euch können mein 1000-YouTube-Abos-Training im Wert von über 97 Euro. Und mein komplettes Affiliate-Trainingslager im Wert von mindestens 47 Euro gewinnen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr nicht abonnieren und auch nicht liken, wenn es euch nicht gefallen hat oder ihr keine Lust habt. Sondern einfach nur einen Kommentar unter diesem Video lassen. In den Kommentaren könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr schon über das Handy mit Digistore Geld verdient habt und wie. Das Gewinnspiel läuft bis zum 7. Oktober 23.59 Uhr, dass eben wirklich auch nur die Aktiven teilnehmen können. Danach werde ich die Gewinner zufällig aus den Kommentaren auslosen. Macht auf jeden Fall mit. Das ist ja eine gute Chance, euer Affiliate-Marketing zu verbessern oder auch auf YouTube durchzustarten. Ansonsten habt ihr auch alle Links dazu unter dem Video, dass ihr es auch so euch holen könnt. Ich werde auch noch einen Rabatt-Code machen, wo ihr nochmal jetzt zur Feier des Tages das 50% günstiger bekommt. In den nächsten Wochen und Monaten wird es auf jeden Fall weitergehen mit mehr Videos zu Digistore und Affiliate-Marketing mit coolen Hacks, die euch helfen, einfach mehr Geld online zu verdienen. Also bleibt dran, es lohnt sich. Mehr Videos zum Digistore-Filiate-Marketing findet ihr auch noch in der verlinkten Playlist. Zum Beispiel auch das komplette Video zur Digistore-Anmeldung und auch zu den Auszahlungseinstellungen. Also dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß damit und viel Glück natürlich auch beim Gewinnspiel. Danke nochmal für die 2000 Abos. Das hätte ich vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten. Ich freue mich auf die nächste Zeit mit euch und dann bis zum nächsten Mal, spätestens nächsten Sonntag hier wieder. Ciao, euer Chris.